Sag ihm, dass er warten soll. Weiche der Frage nicht aus. Brich die Zweige nicht ab. Es wird sich heute Abend abkühlen. Es wird sich heute Abend abkühlen. Es wird sich heute Abend abkühlen. Ich werde es dich wissen lassen. 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 Wie gut ist Ihr Hörvermögen? Wie gut ist Ihr Hörvermögen? Ich hatte fast geheult. Ich hatte fast geheult. Ich hatte fast geheult. Ich hatte fast geheult. Wo waren deine Kinder? Ich hatte fast geheult. Ich hatte fast geheult. Wo wurde Tom verhaftet? Ich hatte fast geheult. Ich habe nicht zugehört. 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 Was verursachte das Problem? 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 Ich werde noch wahnsinnig. Ich werde noch wahnsinnig. Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Tom hustete Jeder vertraut Tom Ich wurde gefangen Tom ist mein Freund Sei jetzt vorsichtig Sei jetzt vorsichtig Sei jetzt vorsichtig Ich vertraue dir auch Sie hat drei Kinder Das sind nur Potjomkinsche Dörfer Tom ist nicht zu Hause Tom ist nicht zu Hause Tom ist nicht zu Hause Er hat sie glücklich gemacht Er hat sie glücklich gemacht Er hat sie glücklich gemacht Politik interessierte ihn nicht Politik interessierte ihn nicht Politik interessierte ihn nicht Ich kann Chopin spielen Ich kann Chopin spielen Ich kann Chopin spielen Da ist Tom's Auto Da ist Tom's Auto Da ist Tom's Auto Wir sind ein Ehepaar Wir sind ein Ehepaar Wir sind ein Ehepaar Wo ist mein Brüder? Wo ist mein Brüder? Wo ist mein Brüder? Wo ist mein Brüder? Die sind nicht alle schlecht. Tom spricht Französisch. Du hattest das mal sehen sollen. Tötet nicht den Boten. Überprüfe Tom's Puls noch einmal. Das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde. Tom kommt morgen nicht. 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 Tom ist uninteressant. Tom ist uninteressant. Tom ist uninteressant. Toms Noten haben sich nicht verbessert. 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 Diese Musik gefällt mir. Toms Noten haben sich nicht verbessert. Das ist meine Lieblingstelle. Toms Noten haben sich nicht verbessert. Das ist meine Lieblingszent. Du hast mein Herz gerührt. Du hast mein Herz gerührt. Du siehst sehr müde aus. 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 Ich respektiere deine Ansichten. Kümmert das niemanden Kümmert das niemanden Kümmert das niemanden Ich hatte erkommen Ich hatte erkommen Ich hatte erkommen Ich hatte erkommen Dies ist dein Schlafzimmer Dies ist dein Schlafzimmer Es läuft mit Sonnenenergie Es läuft mit Sonnenenergie Es läuft mit Sonnenenergie Tom kann Schlittschuh laufen Tom kann Schlittschuh laufen Tom kann Schlittschuh laufen Ist das deine Lehrerin Ist das deine Lehrerin Ist das deine Lehrerin Die anderen Schüler lachten Die anderen Schüler lachten Die anderen Schüler lachten Du warst vernünftig Du warst vernünftig Du warst vernünftig Er blieb ganz ruhig Er blieb ganz ruhig Er blieb ganz ruhig Ich bin kein Heiliger Ich bin kein Heiliger Ich bin kein Heiliger Ich bin kein Heiliger Tom sieht sehr gut aus Tom sieht sehr gut aus Tom sieht sehr gut aus Ungeheck